Also die Inspiration kommt von vielen Orten. Das ist sicher die Erfahrung, die man hat. 15 Jahre Selbstständigkeit, man hat eine eigene Stilistik, man hat eine eigene Geschmackswelt, die man einfach mit sich bringt. Und natürlich ist es auch die Saisonalität, die es vorgibt. Es ist auch das Weiterkommen, dass man immer wieder weitergeht, weiter probiert, immer noch feiner oder immer wieder Kombinationen ausprobiert, um zu sagen, das passt mir jetzt, dann probieren wir es mal aus. Und dann sicher auch noch der Austausch in der Küche mit den Köchen im engsten Team. Das ist sicher auch noch wichtig. Von dem hat es sehr viele Facetten.